Standorte mit Zukunft. Die Wahl des Standorts ist ein wichtiger Faktor für unternehmerischen Erfolg. Zentrale Lage, günstige Verkehrsanbindung und gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind hier wichtige Kriterien, ebenso die raumplanerische und architektonische Qualität. Beim Millennium Park in Lustenau wurde eine Campus-Atmosphäre im Grünen geschaffen. Ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen bietet ergänzende Kommunikations-, Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten für die ansässigen Unternehmen. Überbetriebliche Infrastruktur wie Seminarräume, Parkplätze, Gastronomie und Kinderbetreuung schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. So werden Arbeits- und Lebensräume ideal miteinander verbunden.